Moin, herzlich willkommen liebe Leute zu Resident Evil 2 Remake, die Demo leider, aber immerhin etwas. Das Ganze ist eine One-Shot-Demo und das heißt, wir können sie einmal spielen. Ich bin der Meinung 30 Minuten lang und danach ist Schicht im Schacht. Wie das genau abläuft, weiß ich nicht, ob man dann ein abgestecktes Areal haben oder so, oder bis wir das zu Ende spielen können oder ob wir einfach wirklich die Resident Evil 2 Story einfach 30 Minuten spielen können, je schneller wir sind, desto weiter kommen wir. Keine Ahnung, ich würde sagen, wir lassen uns überraschen und schauen einfach mal rein, was uns erwartet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, was haben wir hier? Optionen nochmal. Und dann würde ich sagen, geht's los. Letzte Vergewinnung. Das Spiel kann sich von dieser Demo unterscheiden, ist logisch. Die Demo kann nur einmal für 30 Minuten gespielt werden, ja, okay, und kann nur online. Alles klar, jetzt oder nie, es gibt kein Zurück mehr. Oh, es sollte nur ein kurzer Zwischenstopp für Leon S. Kennedy an einer einsamen Tagsstadt am Rand der Stadt sein, als der frischgebackene Polizist plötzlich in einem Meer von Zombies wiederfindet. Er schafft es, mit einer neu bekannten Claire Redfield nach Wacom City zu fliehen, allerdings werden die beiden durch einen Unfall voreinander getrennt. Leon schlägt sich durch die fähige Straßen und erreicht schließlich die Polizeistation der Stadt. Aber hat er sich wirklich in Sicherheit gebracht? Aber ich hätte gar nicht so hetzen müssen, obwohl vielleicht doch, ne? Okay, schön. Wir sind drinnen. Gehen, lesen, bleiben lesen. Oh Mann. Was haben wir hier? Halt, hoch, hoch, doch. Können schon gleich mal krabbeln. Hallo? Ist irgendjemand hier? Äh, ich würde aber, wie gesagt, nur ein bisschen Zeug looten kombinieren. Inventar öffnen. Okay, das sieht alles ganz normal nach Resident Evil aus. Gucken wir mal kurz, was gibt's hier? Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Oh Junge, ernsthaft? Ja, ist klar. Sollte den Typ suchen. Da weiß jemand, wie's rausgeht. Äh, wir haben ne Karte. Wir sind jetzt grad da. Ja, wir machen jetzt mal ein bisschen schneller hier. Wir wollen ja ein bisschen was von der Spielzeit haben. Gucken wir trotzdem ein bisschen um. Das gehört dazu. Ganz ohne... Okay, wahrscheinlich mit nem Messer kommen wir da weiter. Können wir auch nicht durch. Okay, das sieht auch nach nem klassischen Rätsel aus. Hier noch irgendwas. Wollen wir schnell oben gucken. Gasflasche. Auch noch ein Rätsel. Äh, boh, 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 boh. Okay, wo wir was eingeben können. Können wir schnell hier oben luschern. Komm, wir gehen jetzt einfach rüber. Also ich nehme an, wir kommen hier da lang. Wir gehen einfach da unten lang. Die Zeit rennt, Leute. Da können wir jetzt nicht hier Sidesägen machen. Oh, Blutspuren auf dem Boden. Okay, die müssen wir einfach noch folgen. Die hab ich eben grad gar nicht gesehen. Okay, so, die gehen. Hier nimmt wir zurück. Ja, okay. Okay, okay. Keep out. Machen wir. Sicherlich nicht. So. Und rein. Ich spiele das Ganze mit dem Controller. Mit dem Computer. Oh, das sieht übel aus. Oh, das sieht alles gut aus. Okay, atmosphärisch ist. Das macht schon mal Spaß. So, mal weiterschauen. Aber natürlich. Braucht irgendwas? Halten. Wir gehen erst durch die Tür. Wo sind wir? Impresseraum. Okay, da ist jemand tot auf dem Boden. Der ist. Haben wir ein Messer oder sowas? Hier liegt nix rum. Sehe ich das richtig? Kombinieren. Ach, jetzt verstehe ich es. Alles klar. Licht an. Okay, okay, okay. Ja. Ein bisschen Pistolenmilition noch gefunden. Und weiter geht's, würde ich sagen. Da ist gleich bedrückte Stimmung. Irgendwie. Ah, da passiert doch alles, oder? Das wäre doch so. Klassisch. Okay, komm. Kann man da sich hinhocken? Okay, fünf Minuten haben wir schon. Spielen wir einfach mal. Oh, erste Hilfespoi. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gibt es hier noch was? Nee. Dann sind wir durch. Äh, Matred ist zu. Oh, da hinten haben wir schon Tote gesehen. Okay. Okay. Oh Gott. Ja, mache ich das schon. Oh, ich glaube, das war zu spät. Der muss ziehen. Oh, nein. Er schießt ihn einfach. Oh. Du Scheiße. Oh. Lecker. Notiz. Wer hat das gemalt? Dreijähriger. Hey, was ist das denn? Okay, drei wieder Jungs. Und die goldene Statue, die haben wir schon entdeckt. Way out. Alles klar. Die Krone des Löwen beißt ein Bock. Die Frau spielt Hafe und hat einen Kopf. Mit einem Taube. Mit einem Zweig im Mund. Oder so. Alles klar, das Rätsel ist gelöst. Und zur Eingang fällt zurück. Oh, 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 oh. Oh. Was, der ist noch nicht tot? Wie oft kann man den jetzt neuerdings im Kopf ballern? Oh, 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 oh. Oh. Was? Ernsthaft? Oh, da ist noch einer. Rechts, guck mal da. Ach so, am Fenster. Okay, warte, warte mal. Wir gucken jetzt gerade mal. Da ist alles zu. Wir können links den Raum noch probieren. Das mag ich jetzt gleich. Dem wäre auch zu sein. Ansonsten rennen, wa? Go, 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 go. Lauf, 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 lauf. Wir lassen jetzt einfach... Egal, ist das egal. Okay, okay, okay. Zurück. Hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Okay. Ich muss auch kurz auf die Karte gucken. Wir sind da. Wir wollten jetzt hier rum. Das hat nicht hier funktioniert. Büro, das haben wir noch bald probiert, die Ostseite. Sicherungskasten. Okay, wir werden jetzt mal gucken, wie viel Munition haben wir noch. Wir haben noch ein bisschen was. Ja, wir haben keinen Schaden. Hoffentlich nicht. Oh, jetzt doch da. Na, bleiben wir hinter stehen. Wow, das sind doch schon ein paar. Na, die sind schneller K.O. gegangen. Warum auch immer, als der Polizist. Raus. Okay, wir hören wieder was. Hier ist auch zu. Und zurück, 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 zurück. Go, 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 go. Wow, dieser Drecksack. Ey, da lebt nur jemand. Okay, ich hab schwitzige Hände. Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte, ich konnte nicht. Hier. Du hast die Hand. Boah, danke. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Zehn Minuten gespielt, oh mein Gott. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte ich wär früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon. Nur das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werd sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut. Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Alles klar. Ja, Sir. Ob er schon weiß, was mit ihm passiert. Also nicht Leon, sondern der Officer selber. Kampfmesser. Ach, das war ein Messer. Ich dachte, das war ein Elektrostab oder irgendwie sowas. Inventar ausrüsten. Bereithalten. AT-Schlitzen. Kann zum Kontern. LB verwendet werden, wenn die Verbliebener gefangen wurden. Kann wieder erlangt werden, wenn die Verbliebener besiegt wurde. Ach, man kann es auch verdienen. Okay. 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 Cool. Alles klar. So. Wo müssen wir jetzt lang? Ich untersuche erstmal das hier. Ja, wir haben nichts. Das ist klar. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Drei Medaillons finden. Vielleicht müssen wir hier erstmal das untersuchen, bevor wir weiterkommen. Ja. Okay. Akten. Was? Achso. Ah. Okay. Jetzt muss ich mit... Okay. Äh. Warte mal. Krone. Oh Mann ey. Schon am ersten geht es hier gleich. Also Witter... Krone... Witterkopf... Okay. Krone. Frau. Nee hier. Das und den Vogel. Keine Ahnung. Nichts passiert. Ähm. Oh Mann. Nee ey. Vogel. Frau. Und das ist der Vogel. Okay. Witterkopf. Oh Menschenskinder. Witter. Witter. Löwe. Witter. Löwe. Witter. Und... Krone. Passiert auch nix. Au. Ich hätte bestätigen drücken müssen. Hehe. Oh Mann Leute. Na gut. Dann können wir gleich das nächste auch nochmal machen. Äh. Frau. Harfe. Und dieses Federvieh. Ah. Das war es schon. So. Nun gut. Hier oben gibt es auch noch ein paar Türen die wir ausprobieren können. Aber wir setzen jetzt erstmal das eine Million ein. Kann ich nicht gleich erschießen. Von hinten. Du kriegst gar nicht mit. Ach. Geht nicht. Schade. 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 Aber vielleicht auch mal vorher untersuchen. Also hatte Elliot recht. Du kriegst. Ja. Aber der Durchgang ist noch nicht offen. Hm. Oh dann. Ach ja. Ich hab das Messer. Und ich hab's vorher noch gesagt ey. So. Wie viele Motionen haben wir? Ey. Nicht mehr viel. gut. Gut. So habe ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Gut. Wir haben Kraut übersehen. Lustigerweise wird es auf der Karte angezeigt. Irgendwie. Da. Grünes Kraut. Warte. Ey. Ja. Ja. Mitnehmen. 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 So. Go. 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 Da ist bestimmt ein Zombie. Können wir hier irgendwas machen? Ne. 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 So. Um sicher zu gehen. Okay. Oh nö ey. Oh. Oh. Verflucht. Oh. 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 Erschreckt. Nichts da. Okay. Mal kurz auf die Karte gucken. Ist hier irgendwas? Was? Nee. Go, 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 die Zeit läuft. Auch wenn ich Schiss hab, wie noch was, ey. Pfeu doch mal auf. Hä? Komm, Messern! Okay. Hä? Was soll er machen? Das Messer kann auch stumpf werden. Habt ihr vielleicht gerade hier gesehen. Hier. Anscheinend gibt's da eine Haltbarkeit des Messers. Guck mal hier hinten. Okay, nix besonderes. Okay, ne Schlüsselkarte. Hat sie gerade hinter uns die Tür richtig verschlossen? Waffenschrank. Okay, nice. Dass auf der Karte so die Items angezeigt werden, finde ich mir zwar ein bisschen komisch. Ereignisbericht. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliche Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterbringen versuchen. 25. September. Zusatz. Einer der Zufluchtsuchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stresses Nerven durchgegangen sind. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt entkommen, wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. 9. September. Dabei starben zwölf Personen, es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos. David Ford. nochmal schnell gucken besprechungszimmer anscheinend haben wir hier links irgendwas das ist das karte der polizeistation ok hier seht ihr das ok oh nein da will ich noch nicht hin erstmal die tür checken erstmal die tür checken können wir die aufschließen kann ja auch sein nee alles klar dann geht es hier weiter der zeitdruck mach ich mich fertig wir laufen jetzt ganz langsam ob das geht na hast du Hunger nicht so wie ich mir das vorgestellt habe ok der hat den arm verloren so wir sparen unsere munition für was auch immer zurück hier war noch eine tür die ist zu der hat hier kein geld reingeschmissen weiter geht's rest office ähm schließfächer raum geben wir gegenüber erstmal in den schließfächer raum rein können wir irgendwie die zahlen eingeben oh wartet mal waffenschrank ist da irgendwas ääääh ne 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 hätte sein können dass hier dass wir hier irgendwie was haben oh das könnte aber auf dem schrank sein sehr schön jawoll ja baby sehr schön normalerweise bin ich aber dafür solche sachen aufzuheben aber ich habe gerade aufgehört abzureden wir benutzen gleich mal die schrotflinte noch mal hier gucken ja war erwartungsgemäß so hat sich aber trotzdem gelohnt eine schrotflinte schließfachterminalnotizen auf der tastatur des schließfachterminals fehlen einige tasten die verantwortlichen sei ersatztasten besorgen uns umgehend reparieren du weißt dass du gemeint bist du dreckskehr wer sonst würde sich ja missbauen ok irgendjemand hat fast kaputt gemacht gehen geradeaus durch könnte auch die dunkelkammer wir gehen erstmal zum büro mit der schrotflinte in der hand boah das hat gesessen schießpulver sehr schön können gleich nichts mehr tragen schießpulver pistol mit zum zweimal schießpulver flinten munition schießpulver plus hochwertiges schießpulver mag munition mag munition zweimal hochwertiges schießpulver gelb wird langsam die munition knapp setzen sie jedes bisher schießpulver klug ein dass sie auftreiben können verschiedene waffen mit verschiedenen munitionen passen sie also beim kombinieren auf dass sie die munition erhalten alles klar hier ist wieder jemand du musst mich gleich angreifen oder ok weiter 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 die zeit tickt was haben wir hier was das einsatzbericht 28 september zwei uhr drei außer mir sind noch drei andere übrig keine waffen keine munition und zu viele schammützel haben uns geistig körperlich ausgelaugt werden es nicht schaffen officer phillips hat vorgeschlagen durch die kanalisation zu fliehen hier sollten auch hier soll es noch einen tunnel aus den zeiten des museums geben ich habe ihren vorschlag zunächst abgelehnt aber jetzt klingt er ganz gut es gibt zwar keine beweise für den tunnel oder dafür dass die kanalisation nicht auch zombie verseucht ist aber ich will hier nicht rumsitzen auf den tod warten ich werde versuchen mehr über diesen tunnel herauszufinden elliot edward eigentlich ein super helden namen so gehen hier hoch hier oben brauchen wir aber wieder anscheinend irgendetwas besonderes was soll war das irgendwas atmet das ist der typ dass der typ aus dem ja ok vielleicht lässt er etwas fallen komm wir erledigen ihn der hat so coole klamotten an ok hast du irgendwas fallen gelassen nee alles klar dann geht es weiter mit der schrotflinte ok 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 hier kommt bestimmt wieder jemand ja da hinten geht es erst mal gehen wir hier hin gucken ob hier eine kammer ist holzbretter auch cool scheiße können wir nicht benutzen machen wir das jetzt so benutzen das und machen wir jetzt hier tut mir leid warte 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 nice ha drecksack was ist hier dunkelkammer einfach nur heilwirkung von kräutern seit beginn der zeit behandelt die menschen krankheit mit heilkräutern in diesem buch stellen wir die drei dieser äh war war drei dieser in den ugly bergen heimischen kräutern vor grüne kräuter heilen einfach aufletzung während blaue kräuter seit langem als gegengift eingesetzt werden was die roten kräuter betrifft so sehen sie zwar schön aus besitzen noch keine heilwirkung zumindest dachte man das wird lang es ist allgemein bekannt dass man durch die kombination von heilkräutern mixturen erhalten die deren wirkung steigern und wie wir herausfanden spielen die roten kräuter dabei eine zentrale rolle ein doktor der asiatischen medizin zufolge erhält man durch die mischung von blau und roten kräuter mixtur die die konstitution sehr stärkt tatsächlich stehen wir gerade erst am anfang der erforschung während potenzials dieser kräuter und ihre heilwirkung weitere forschungen dürfen noch fast in den ergebnissen hervorbringen es tut mir leid dass ich hier so hetze aber nicht dass die zeit geht und flöten glaube ich so ein bisschen aber scheint vielleicht ein sicherheitsraum zu sein weil wir können speichern beziehungsweise normalerweise könnte man speichern wir legen aber trotzdem mal was ab das verstauen wir wir haben eigentlich ganz gut munition und das verstauen wir auch damit ist jetzt gar keine probleme ein bisschen mehr platz film ist beweismaterial nichts liegen lassen rotes kraut mitnehmen das können wir gleich mit dem grünen kraut kombinieren ach so wir können hier fotos fertig machen anscheinend dann nehmen wir dann das doch nochmal mit heraus und kombinieren beide sachen ja das haben wir vor kombinieren damit und haben gemisch sehr schön das nehmen wir natürlich doch mit speichern konnten wir nicht wir ein und setzen und gehen hoch oh hier ist schon oh ich will lieber rennen äh das war mir zu krass muss ich gestehen alter was war das geht auch nicht wo alter weiter ok jetzt habe ich wirklich bammel ok komm wir haben noch zeit wir gehen trotzdem mal gucken was mit dem war hier der unten ist ah da ist einfach nur einer roten runtergefallen ne na komm dann gehen wir hoch gucken ok 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 oh man ey ich habe so schwitzige hände gerade man klappern ich glaub das nicht oh gott was was ist denn hier passiert ey ist denn hier passiert ey so viel ich würde sagen ey cool wir haben den schlüssel gefunden und können dann schon andere räume öffnen gehen doch gleich mal weiter Waren wir hier schon mal? Wo sind wir hier? Ne, hier waren wir noch nicht. Wow. Fuck, ey. Nehmen wir das hier nochmal mit. Und Schießpulver. Okay, lass mal Schießpulver liegen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Kombinieren. Hier geht so die Muffe. Was will ich da drauf schießen? Aus sichererem Abstand natürlich. Passiert nichts, okay. C4. Okay, jetzt kommen wir das C4 nehmen wir mit und dann schmeißen wir das halt weg. Hä? Ach so, wir müssen damit irgendwas kombinieren. Alles klar. Ich nehme mir nicht an, das wird einfach besser. Anonyme Notiz, diese Konzertwichser haben mir den Geldhahn abgetreten und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir noch etwas Spaß gönnen, während die Welt im Bach runter geht. Ich habe die Dreckschweine in einem C4-Präparaten Stahlpferd gesperrt. Muss sie nur noch zünden und das war's dann. Aber wenn es schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesem einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deinen Nachbarn. Dann verschone ich den Rest, was er dann wohl macht. Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz. Aber wie oft hast du dich bitte mir, deinem Vorgesetzten schon widersetzt? Ja, du warst so ein guter Bulle. So gut, dass du sterben musstest. Mann, bringt das Spaß. Spaten, genau. Es fehlt nur noch Musik. Nein, das ist vorbei. Oha, gerade wo es echt übel spannend ist, ey. Ah, scheiße, ey. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Vollversion werde ich auf jeden Fall zocken. Also es ist, ich habe richtig schwitzige Hände. Also man hat echt ein flaues Bauchgefühl bei dem ganzen Spiel. Gefällt mir richtig gut. Also das ist ja nicht nur einfach ein Remake, das ja eigentlich quasi ein neues Spiel gefühlt. Ich habe mich ja bewusst, wie so oft bei dem Spiel, jetzt nicht informiert vorher, weil ich mich einfach überraschen lassen wollte. Habe auch lange überlegt, ob ich die Demo spiele, aber ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Und habe gedacht, okay, das nehme ich mal mit. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und mit mir rein schnuppern konntet in das Spiel. Und ich, ja, ich hoffe, das Spiel wird genauso geil wie die Demo. Also ich glaube schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann noch groß andere Sachen kommen, die das sehr verschlechtern. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und man sieht sich. Ciao, ciao. Oh, da kommt noch was. Oh, noch was? Das ist Hunk von Alpha Team. Mann, ich dachte, ihr seid alle weggezogen. Ah, Shindo. Wie geil. Wie geil ist das denn? Also das allerletzte ist quasi das I-Tüpfelchen für alle Leute, die damals für Resident Evil 2 gespielt haben. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Also dann aber jetzt. Ciao. Bis zum nächsten Mal. It'll be all over the show. Let me go. I'll get you, you fucker. Shit. Ada. Sherry, I'm coming. I'm not handing over anything. Jesus Christ. You don't know what you're up against. The whole place is coming down. I had a pretty damn good idea.